Dresel der Rotationsruin. Genau so möchte ich das hören. Rotationsruin. Rotationsruin. So, okay. Oh, oh. Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Part von Captain Toad Treasure Tracker und wie immer im Multiplayer natürlich. Und wenn ihr euch so fragt, ey, Bruder, warum hast du denn so eine Klamotten an, als wärst du gerade von draußen gekommen. Ja, wir sind von draußen gekommen. Ich muss natürlich die Larissa ganz schnell mal zu fassen, zu, äh, zu fassen bekommen, damit wir auch wieder mal ein Part aufnehmen können. Und... Wenig Licht und viele Geister. Let's go. Ich wollte eigentlich sagen, da bleibt nicht viel Zeit, sich meistens umzuziehen. So, aber wir machen weiter. In Level 8 von Kapitel 2. Hier? Aha. Hä? Oh, au, nein, 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 warte, warte, warte. Der altbekannte, nicht vorhandene Two-Player-Mode ist aktiviert. Du musst beide drücken. So, okay. Ja, 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 wir kennen die Steuerung. Und wo bleibt sie? Da, ich bin hier. Äh, warum hast du ein Toady? Hä? Der gibt einfach einen One-Up. Ich glaube, das ist... Wie gesagt, wenn du länger drauf leuchtest auf die Dinger, dann hauen die ab. Fuck you. Guck. Zack, ich glaube, der war irgendwie vor so einem Ding hier. Warte mal. Da, was machst du denn? Habe doch, du drehst dich. Ja, ich muss doch erst mal gucken. Du kannst ihn ja jetzt mal killen. Du guckst nicht, du spielst allein. Du kannst ihn ja jetzt mal killen kurz. Ey, das Level finde ich cool irgendwie. Ja, du spielst dich doch gerade alleine. Nein, spiel ich nicht. Doch, ich bin hier unten. Ah! Ey, ich habe Angst. Ah, nein, nein, nein. Okay, ich springe lieber runter. Danke. Okay, dann machen wir das jetzt zusammen, okay? Du musst nämlich auch erstmal da langlaufen. Du hast ein bisschen... Nein. Oh, doch hier. Ja. Alter, das ist voll cool. Ey, das Level feiere ich bisher. Das Level feiere ich richtig. Ah! Okay, da war der Zweite. Also eigentlich der Erste für uns, aber der Zweite so. Du bist nämlich eben gerade da, wo du hochgegangen bist. Ja. Hier rein. Da, wo du da drin bist. Zack, da. Ach so, du meinst da lang. Ah. Das geht gar nicht. Doch, das geht. So, den holst du mal. Oh, oh, oh. Du musst halt nur durchkommen. Geh einfach durch die Lücke gleich. Nicht. Okay, so kann man es auch machen. Skilly Vanilli. Aber ich wollte eigentlich sagen, wenn da so eine große Lücke ist, dann hättest du es auch machen können. So. Ich muss mal wieder näher ans Mikro kommen. Sonst. Wo die du hin? Hallo. Was machst du? Bleib so, bleib so. Ich muss dir helfen. So, du hilfst mir jetzt. Ich nehme den hier vorne, du nimmst den anderen. Ja, okay. Wir können hier auch zusammen. Das geht schneller. Perfekt. Oh, da spielt jemand Yo-Kai-Lei-Lin. Oh. So, okay. Ja, dachtest du, du könntest mir den wegsneaken, ne? Hey, ich lass mal keine Rote springen. Oh, ich glaub, ich glaub, die Aufgabe ist, alle Buhus zu besiegen. Ich glaub, von keinem Deck zu werden. Ich glaub, alle Buhus zu besiegen. Ah, Wanna-Pilz einsammeln. Hab ich. Hab ich ganz am Anfang gemacht. Wir müssen uns einen besseren Clap überlegen, oder? Freunde, schreib mal in die Kommentare, welchen Clap wir nehmen sollen. Commentare. Commentare. Ein kleiner Tipp. Wenn du zum Titelbildschirm zurückkehrst, kannst du bereits gespielte Episoden auswählen. Das wollen wir aber nicht. Deswegen machen wir jetzt... Dragadons Rache. Der Boss. Das ist der Boss. Also der erste Boss. Hä? Äh, nochmal. Das ist Rache. Ach so. Rache. Das ist Rache, Freunde. Das ist Rache. Ich glaube, er wird ein bisschen anders sein als vorher. Ja? Das bin ich. Ah, okay. Das Level ist anders. Oh, 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 oh. Es geht bestimmt schneller oder so. Oha. Und er hat eine dicke Beule auf dem Kopf. Hat er die vorher auch schon? Nee, ne? Der ja von uns. So, ganz schnell, ganz schnell. Ja, wow, wow, wow. Wo lauf ich denn? Ich dachte grad, ich wär' du. Ich hab's geschafft. Mach mal so'n Bunker da. So, ich bin da. Zack. Weiter geht's. Nein. Ach, ich denk' die ganze Zeit, ich wär' du. Ich denk' die ganze Zeit, ich wär' du. Das ist ja richtig schlimm. Wieso denk' ich das? Zack. Äh, du musst das machen, warum? Ey, komm hier! Du schlau, Mann. So, bleibst du stehen. So, zack. Konzentrierst dich wieder. Aaaaaaaaaah. Konntest du gar nichts machen? Kann ich auch nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Kann ich mich nicht verstecken gar nichts gehen. Oh shit. Wie wollen wir uns nicht verstecken? Halt, du kannst mal wieder öffnen. Okay. Okay, hier gibt's den ersten... Nee, den zweiten. Wir haben einen vergessen. Da vorne. Komm! Oh shit, war ein bisschen schon nach oben gegangen. Wir müssen hier nochmal gleich rein. Ah. dreh 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 anstatt kurz mal stehen zu bleiben was ist denn hier los ich habe hier gar keine übersicht mehr wie dreht man das ding schwestern schneller so machen wenn sie mit einem sauber gemacht bevor das was warte doch ja ich war so stirbt und ich nicht da bin das ist das ja absolut schwerer schwerer geworden ja ich bin da ab nach oben wir haben beide diamantenkristalle verloren also so schlecht waren wir noch nie warum bin ich jetzt in der flasen aber auch nie da warst du in der blase okay wir haben sie schafft das verstehe ich jetzt nicht bin ich auf irgendeinen knopf gekommen ok also mit rache war das ja wohl nichts erst mal und ich würde mal meinen wir haben zwei sachen vergessen wahrscheinlich gibt es noch eine heftigere aufgabe denke ich irgendwas zu bekommen so kein schaden erlitten wort das wird richtig schwer so also wir haben uns überlegt das machen wir jetzt erst mal noch nicht mit kein schaden erlitten das machen wir auf screen einfach weil das ist das einfach viel zu krass ok weiter geht's lebewohl glutspitze auch so dass sie ist zwischen sequenz das wird zwischen sequenzieren können nicht mehr er ist nur los reiten wir auf den Diener die hohe er konnte die das attackiert haben drück mal drück mal wie cool ist das denn nein das ist einfach nur das einfach nur die Prozent so ein Zeitspooling Ding als kleine ich sag mal als keine Überbrückung so dass wir ins nächste Level oder ins nächste Areal gehen also eigentlich hätten wir auch müssen wir auch gar nichts machen guck wir sind einfach unbesiegbar so gefühlt so mach ich auch immer ok und jetzt geht es weiter im Kapitel der Rätsel der Rotationsruin das Rätsel der Rotationsruin genau so möchte ich das hören Rotationsruin Rotationsruin so ok dreh das mal dreh die mal dreh deine mal kann ich nicht ich geh mal rüber so ich geh mal hier lang hier gibt es einmal ein Münzen und so ich das mal drehen soll ich das mal drehen ich wollte doch gerade drehen du kannst doch so nicht rein du kannst das nicht von doch einmal das war ein richtiger prank so okay was wenn ich hier lang geht kriegt ihn auch super gedreht oder super gedreht dass du darüber gehst damit ich ja auch bloß nicht sind die geschichte wo es geht darüber gehst du darüber ja ich kann auch mal vorkommen dass ich sterbe ich kann auch mal vorkommen ich kann auch mal vorkommen dass ich sterbe so wo ist der letzte der safe hinter dem gebiet oder er ist hier noch nicht den ich will noch nicht den dinge du musst auch mitgezogen was machen die tods da mit ihnen tods los können irgendwas sagen die sind einfach nur so überkopf alles klar okay dann gehen wir mal wieder zurück würde ich mal mein super dass die abkippt wurde und so nicht immer warum drehst du denn dankeschön dafür natürlich du hast gedreht hörst du jetzt auf mit deinem scheinen zoom hörst du jetzt auf damit holt level beendet und geheime gold pild Okay, Freunde, das machen wir alles im nächsten Mal. Ich würde mal meinen, das war heute leider ein etwas kürzerer Part. Wir haben drei Level geschafft, aber Larissa muss jetzt los. Also wie gesagt, ich versuche immer, Larissa, noch mal kurz zum Aufnehmen zu bekommen, damit wir auch das Projekt nicht alle zwei Monate mal bringen, sondern vielleicht jede Woche ein, zwei Parts oder sowas. War ja in letzter Zeit leider nicht so. In der letzten Zeit in den Ferien kommt auch wieder mehr raus. Ja, wir haben jetzt Ferien und da kommt wahrscheinlich mehr. Wir wollen nichts versprechen. Haut rein, bis zum nächsten Part. Lass eine positive Bewertung da oder oder oder. Haut rein und schau.